Reicht aber. Portal-Spawner. Hab ich gefunden. Okay. Was ist das? Weiß ich nicht. Ja, du ändert, du näherst. Excavate. Excavate. Expelliamos. Du mich auch, Expelliamos. Da ist er, der Spawner. So. Jetzt kommt er nicht mehr. Gut. Die Montaurier nerven auch ganz schön. Irgendwo Holz. Da, Holz. Holz rein. Ja. Ja. So. Ja, du ändert, du nervst. Der ist hier irgendwo. Verreckt wahrscheinlich. Gerade. Gainano, du Hello Kitty. Gainator. Das ist der Flash. Du bist halt scheiße. Mob mich doch nicht einmal. Ober scheiße. Doch. Muss gemobbt werden. So. Ihr seht gleich einen wieder sterben, weil ich jetzt wieder in den Tower reingehe. Ja, er ist auch so ein Tower sterber. Das ist ja normal. Aber ich habe jetzt Infinity Bow jetzt. Also friss, sag ich immer, friss das. Das ist ja der neue, nächste Spawner. Cool. Da haben wir ein schönes hin. Ruhe drin. Nachs Ja, weil, das warte ich ja gerade. Mein Tätsel wird aber bestimmt erst morgen früher das abbauen. Hey, mit Looting. Wir machen jeweils 30. Bei der Breite. Ach so, 30, alter Schwede. Das ist ein Knall. Oh, ich war richtig verrustet. Die beiden Spawner sind gut. Ich habe direkt ein Skelett und ein Spin Spawner ganz unten. Das ist natürlich nice. Ja, jetzt kommt noch eine gute Spinne. Ein Minotaurus als Zombie. Noch ein Minotaurus. Facke ich mich mit. Noch einer. Apropos Spawner. Ich habe doch letztens so einen Teil gefunden, mit dem ich diese ganze Spawner machen kann. Das soll ich jetzt teuge. Stimmt man. Da kann ich dann direkt die Soulshot aufladen. Ja, aber ich würde den auch machen wegen... Gut, kannst eigentlich... Ist eigentlich egal danach, ne? Wenn du einmal hast, dann hast du es. Wenn du hat, dann hat du. Wenn du hat... Weil die mit den Soulshots kannst du ja auch die Spawner wegmachen. Ja. Ja gut, ich... Ich sage, aber du hast... Du hast auch eine Portalgun, ne? Ne. Ich habe schon mal verloren. Ich bin mal gestorben. Ja. In Meter. Da war ja was. Ja. Da war was. Das heftige ist, jetzt gibt es auch unsichtbare Truhen hier. Da war ich gleich zwei Stücke von ihm. Pilze, Pilze, Pilze. Pilze, 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 Pilze. Warum kann der Scheiße das Teil nicht abbauen hier? Welches? Was? Der Soulshot kann ich nicht abbauen. Oh. Aber doch. Der Fall hätte einen falschen ausgewählt. Oh, Bossspinne. Aha. Deswegen wieder Farmbauen. Oh, die ganzen Bücher, ne? Was haben wir denn hier? Oh, ein Skelett wieder. Der Soulshot ist schon Tier 3, weil ich zwei Spawner damit abgebaut habe. Fass. Das ist doch gut. Ja, du brauchst die Spawner mit direkt ab. Ich nehme ja gleich die Spawner mit der Portal Gun mit. Ja, aber die Soulshot Spawner sind besser. Ich leuchte hier die Spawner auch immer. Aber jetzt kann ich die ja wenigstens noch sammeln und dann kann ich die auf Tier 5 machen. Mach dann später einen Riesen-Mupfarm. Fuck, verreckt. Da ist Wasser. Ab ins Wasser. Ach, überlebt. Nicht wieder auf den Baum geklatscht. So, direkt hier den zweiten Skelett-Spawner. So, erstmal den anderen Spawner suchen. Wo ich bin, versuch mich einfach umzubringen. Aber was nicht schafft. Aha. Geh noch sterben, Zombie. Gibt der Zombie erstmal so eine Eisenhau her. Hau! Wird da denn eben geschossen? Wie lange machen wir? Zwei Stunden? Man wollte länger lang kommen. Ja, ist klar. Wir haben eine Stunde, acht Minuten. Die Mimik dreht sich einfach um und schießt. Ja, bestimmt so eine harte Mimik wieder. Ja, ist es auch. So, mein... Leider ist schon die Film von meinen Zombies erst hier drei. Ja, aber worauf brauchst du Zombies denn? Für was? Na, so hart war das auch nicht. Mach so ein Riesenteil. Aus beides können ja eh wenn hochlaufen. Die sind eh kacke. Aber wie ist dieser Ende totnervt, ne? Ah, egal. Na, guck mal. Da ist der Tauro. Ist vorne wieder. Jetzt meint es schon Tier 5, mein Beiderdings. Ne, immer noch Tier 4. Ha. Ich hab noch ein paar Etagen vor mir. Muss ich auf jeden Fall gleich mal zurück zum Hauptgebäude wieder. Warum verzaubern? Nein. Nein. Boah, Alter, wie knapp bin ich an der Tanne vorbeigehüpft. Unglaublich. Ne, ne, ich werd zaubern. Die ganzen Bücher wegbring dich ja. Ach ja. Wir haben ja da Kisten mit Büchern drin. So. Also, ich... Äh, bei mir... Ich werde da sowieso nicht hingehen, aber da ist ein Tower mit ganz vielen Spawnouten drin. Das sind meine. Ja, ist doch egal. Ja, ne, nicht dass irgendeiner abbaut und... Ist... Hallo, Tower spawnen automatisch. Warum soll man dann bei dir Tower mitmachen? Nein, da sind die Spawnouten drin. Ach so. Könnt's ja haben. Weil ich die gerade alle reingesetzt hab, wegen... Wegen den Soul Shards. Mir ist das egal, könnt's ja haben. Warte, ich will nicht der... Ich will nicht der... Tag, 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 Tag. Boah. Man kann sich selber... Zum Glück hab ich Vampir... Vampir-Scheiße auf mir drauf, sonst wär ich jetzt tot. Ja, hier noch ne Port-Vegan. Kannst du leben wieder, ne? Ja. Ist gut. Ich hab schon wieder ne Port-Vegan gefunden. Ich glaub, ich sollte mir auch mal ein Schwert, ein richtiges Schwert machen, wenn Vampirismus... Sonny? Was? Brauchst du ne Port-Vegan? Ja. Ich hab drei Stück. Wo findest du die aber? Da, wo das die Treppe runtergibt. Diese Mimik. Da, wo die Mimiks auch sind. Ja. Da sind die Hauptkips, die direkt auch steigendig. Nein! Oh. Doch. Boah, spring ich hier runter? Ja! Ich sterbe! Nicht! Ach, schade. Schade. Ich hab wieder gelacht. Alter, das war so knapp. Das war oben am Brennen und ich hatte nur ein halbes Herz. Okay. Ich hätt nur ein Feuer da reinlaufen müssen. Cool, ich hab keinen Platz mehr. Jetzt geht der Tower kaputt. Oh mein Gott, ey. Kaputt. Kaputt. Okay. Puh. 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 Es reicht, wenn du ne normale Pot-Egan kriegst, ne? Boah, drei Block of Diamond. Hohohoho. Alter. Hast du ja wie Glück gehabt? In einer Kiste. Unter dem Boss. Wo ist dein Boss? Oh. Puh. Ja, was ist? Es reicht, wenn du ne normale Pot-Egan kriegst, ne? Ja. Ja. Oder kannst du ja ne Pot-Egan oder so selber rausmachen. Ne Began hab ich. Ich hab ne Began und ne Pot-Eto. Irgendwo kommt da grad ne Sternschnipp rum. Meiner. Ja? Mhm. Bin für dich. Ja. Haha. Aber interessiert mich nicht. Und der ist 26. Nice. Erstmal was essen. Ach ja. Wie lange gehen wir eigentlich schon wieder auf? Stunde elf. Hui. So ist doch was, ne? Ja, aber zwei Stunden kriegen wir auf jeden Fall. Ja. Dann können wir auch einfach wieder Pause machen. Na ja, muss ja alles rändern. Erstmal aufhören. Ich weiß ja nicht, wie viel ich von der Festplatte, wie lange die... Reicht noch. Ich bin ja immer noch nicht fertig, jetzt auch noch was. Haha. Ach ja, da hinten ist auch noch was. Rein, rein, rein. Boah. Das Ding ist auch groß hier unten. Superkeeper! Alter! Und ich stand am... Ich stand am... Nein! Jetzt bin ich in meinem... Boah, jetzt kommt der Queeper hier runter. Aha. Da wo mein... Wo meine Turtle ist. Wenn du jetzt hier hoch gehst, ne? Jas... Was ist ein Jasper-Block? Ein Jasper-Block? Da kannst du irgendwie... Jemanden mit spawnen. Was? Bist du in der Pyramide drinne? Nein. In dem Teil da unten. Wo die Treppe runter geht. Da kannst du... Ähm... Jemanden mit spawnen. Jemanden mit spawnen. Jemanden mit so einem Boss. Jeff. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Da kriegst du nachher so ein... Äh... Komm, ich mach einfach das hier. Ach, das ist draußen. Nacht? Cool. Ja. Derbt. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Knochen... Knochen... Tralalalalala... Ach, da bist ja einer tot. Bist tot. Deine Eltern kommen. Ach... Nur der Vater oder nur die Mutter? Man kann euch ja nicht aufs Noren halten. Bist du nett. Ihr herzigen Viecher. Ja, Skelett. Schieß mal auf mich. Mach das ruhig. Ach... Ich geh mal die falsche Etage. Kann mir am Arsch vorbeigehen. Ab wieder an den Ding hier dran. Und... ZACK! Ender ist... Giant Swat kann man ja gar nicht reparieren. Doch, kann man. Muss verzaubert sein. Sonst geht das nicht. Ach so, verzaubert auch noch okay. Mh... Nein, mal verzaubern dann. Reparieren. Ja, Haus Dealer... Was mach ich denn? Was machst du? Soulbringer... Vampirismus. Was bringt das denn 3? Vampirismus, das ist gut. Ja. Halt dich. Okay, das haben wir schon mal. Smite. Oh! Sharpness. Du scheiß Mentauro, sterb! Looting... Notpack... Was kostet der Looting? Ey, du sollst mich nicht hauen, hab ich gesagt. Hab ich nicht grad gesagt, aber egal. You are not enough. Okay. Dann macht das hier noch. Ja, ja. Vampirismus und Magnetismus. Das ist schon okay. Ja. Ja, dann gehts wieder weiter. Ach, da ist der nächste Spawner, cool. Sack. Ausgleich. Das ist auch alles Spawner, ne? Hm? Sollen wir mal ne Runde schlafen gehen? Nö. Ich bin hier unten grad zugange. Toll ey. Wenn ich jetzt loslaufe, hab ich überall Zombies und haste nicht gesehen. Die scheiß Tiere. Ja, ich muss immer nicht die ganzen... Weil die Spawner sind hier unten ja in den Löchern drin. Also in den Wänden. Ist das ja. Wo hab ich denn ein Bag? Ich nehm ein Bag mit. Ist halt auch reich. Mit einem Stein. Sechs. Ja. Wie ist denn meine Axt weggepackt? Ich glaub's nicht. Muss ich doch nicht. Was hab ich denn da für einen Bogen? Power 1. Boah, du scheiß... Fledermaus, echt. Ich will grad die Truhe abbauen. Kommt die Fledermaus und dann unterbricht die das natürlich. Du bist Misfi. Ha 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 ha. Ich ffff. Ich wollt grad sagen, ich fick deine Eltern. Oh mann. Ich wollte das sagen. Hab ich auch. Ups. Könnt ihr da nicht einfach machen? Was? So was zu sagen, hallo? Doch. Was macht Johnny eigentlich wieder? Ich? Ja. Du bist so ruhig. Finger in den Arsch schieben. Ich hab grad meine... ...Electric Furlitz und so... ...automatisiert mit Ejector Upgrades. Er muss doch ganz leid den Finger in den Arsch schieben. Seidlich so. Boah, halt. Boah, halt. Du bist immer in Stress oder? Hä hä hä? Hä? Wir haben dich doch lieb. Oh, ihr Axt mit Affinity. Wir haben dich doch gern. Hm, weiß ich nicht. Nee. Nee, haben wir nicht. Nee. Er weiß das nicht, deswegen haben wir ihn dann auch nicht lieb. Doch, wir haben ihn sehr lieb. Ja, dass du mit dem schmusen willst, weiß ich doch. Hm. Hm. Oh ja. Oh, wir sollten ihn nicht mehr verschrecken. Nein. Machen wir schon nicht, ne Johnny? Hast du uns lieb? Was? Hast du uns lieb? Was? Was? Nein. Wie, mich auch nicht? Ich hasse euch. Wer hat dich schon lieb? Hast du das so ne Hassliebe? Hm. Flash, wer hat dich schon lieb? Ja genau. Alter, so ein super Creeper wieder. Jawoll denn. Boah, geh mir auf den Sack hier. Friss den Bogen. Friss den Bogen. Ein Flash. Ein Flash. Du warst das letzte Mal auch. Sackgesicht. Nö. Hattest du eigentlich dein Buch wieder gesetzt? Ja. Ich komm hier rein und dann krieg ich ne Flasche an. Alter, ich hab noch zwei Herzen. Alter! Von wem werd ich gehauen? Ich werd von nur was unspannen gehauen. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt noch ein halbes Herz. Jawoll. Und ein beschissenes Buch. Willst du Johnny? Da hinten. Bitte? Nix. Der ist doch wieder nur am Looten ist der. Hallo Santos. Hi. Hier, guck mal. Guck mal hier. Da. Ist das sogar noch ein Liete gewesen? Danke. Bitte schön. Guck mal, so nett bin ich zu dir. Ohhhh. Guck mal und dann hast du... Das ist aber komisch. Das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus.